Dresden hat alles, was man zur IoT-Plattformen braucht. Wir haben starke Hardware-Standorte mit riesigen Investitionen. Gerade dieses Jahr werden ca. 5 Milliarden Euro in den Standort investiert. Wir haben starke Software-Entwicklungen und wir haben das Thema Connectivity. Also haben wir alles, was man braucht zum Thema Mobilkommunikation, 5G-Deutschland. Und das ist die Basis, um Applikationen aufbauen zu können auf einer starken Plattform. Und da sind wir unterwegs im Bereich Mobilität, Smart City und auch Energie. Dresden ist well-known für microelectronics und wir haben auch gute Expertise in Software-Design und in Connectivity, wie zum Beispiel der 5G-Lab in Deutschland. Und jetzt bringen diese drei pieces zusammen, das macht Dresden in der Welt unique, um eine IoT-Plattform zu schaffen. Wir haben viele zu den Smart System Hub in Dresden gegründet. Erstens, wir haben viel Investitionen in Dresden durch die Smart System Hub Strategie gegründet. Das heißt, wir brauchen mehr Platz für die Unternehmen. Das ist viel Arbeit, die wir tun da. Aber wir haben auch die Firmen in Dresden gegründet für die Unternehmen, die in Dresden kommen, zu unserer Welt-Class Research Landscape und zu anderen Business Partnern. Und drittens, Talents. Talents sind die Hauptprobleme wichtig und Dresden ist unser Key Partner da. Für mich, der Highlight von 2017 war, wie die Cooperation funktioniert, zwischen all den Unternehmen und den Menschen, die an die Smart System Hub contributed. Wir machen wirklich konkretes Projekte in der IoT. Zum Beispiel bei der HTV, der Hochschule für Technik und Dresden. Wir haben ein Lab, wo wir wirklich zeigen, wie die IoT funktioniert in der Realität. Das ist mein Punkt von 2017. Cooperation zwischen allen Menschen. Das ist mein Punkt von 2017. Das ist mein Punkt von 2017. Das ist mein Punkt von 2017. Ich freue mich in die Zeit. Ich freue mich in die Zeit. Ich freue mich in die Zeit, dass du ganz genau wieder sein. Er ist mein Punkt von 236-Bandнуюn. Untertitelung des ZDF, 2020